Schüsse schüsse von da maxi dein einsatz und damit jetzt willkommen zu einer neuen folge fort hat viel spaß nice das so fühlt sich das an alles ist das meiner das ist meiner herrlich ist noch jemand sind hier noch welche mit dem bogen einfach gebumst ja hab ich gerade auch einen ist toll die bögen sind eigentlich nicht mal so kacke aber niemals besser als ein von ich mit auch außer der beste bogen ist der impuls bogen weil er aber noch fortbewegen kannst damit die jungs kommen erzählt mal wie war denn euer tag hier kommt so vielen dank streue aber es interessiert einfach keinen deswegen nutze ich die gunst der stunde leute um euch daran zu erinnern genau um euch daran zu erinnern den kanal zu abonnieren ne like schon dazulassen und was nettes zu kommentieren ne kuss geht raus bei mir ist einer ja warte warte ich bin da ich bin da hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir das sind sogar wirklich richtige gegner ja sind es auch wo 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 ich werde auch angeschossen unter mir ist einer achten da vorne kommt einer hoch hast du ne pump oder so weil ich bräuchte echt immer ne pump da müsste er wie benutze ich diese diesen bogen für mich selber wäre meinst du den schockwellenbogen einfach so unter dich schießen wo ist der typ die anspannen ach so der ist hier im haus der ist hier im haus er ist auf jeden fall crack er ist auf jeden fall crack aber jetzt wo er ist digger weiß ich habe nur hier rein laufen sehen bei mir drei hoch schnell durch da glaubt ihr ich ich werde nicht vergessen morgen zum sehtest zu gehen ja du redest gerade fast du schließt du redest fast ein beim schlafen perfekt kann ich dir nicht sagen weil ich kann dich nicht dran nennen weil ich morgen bei der arbeit bin ich kann dich morgen aber ich kann dich auf discord nerven aber ich nerf dich auf insta ich bin ich will morgens würde ich aufstehen und drei und drei und ich war der exe nahe ich mache dir so richtig schöne so richtig schöne memo um sechs uhr morgens ist ja ja warum habe ich eigentlich gar kein blue life sicher ist jetzt gerade und jungs ein moment ein moment auch dicker warte kurz oh ich habe ein auto ich habe aber ein problem weil bei mir ist ein haie und ich bin auf see ich muss ja jetzt mal hier an land schwimme ich will ich will es so machen ich will zu geburtstag führerschein ja das wollen viele aber nicht schaffen weil die haben kein geld nicht bestanden jungs ja wie kommt das boot hierher das ist einfach so ein boot aber es hat gerade geschossen noch bei mir laden immer noch nicht die bäume der jungs ich bin da einsteigen bitte einsteigen bitte ja ok ja wie laut dem mode wartet mal auf mich ist treu mit hallo ja komm vor mir ich weiß sie ich sie erst drei mit dem bogen scheiße nicht getroffen da hinten aber ich glaube hast du gerade geschossen von der background wo warst du wieder spider-man oh ich habe kein spider-man jungs 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 da um hat ein hit bei mir ist einer bei mir ist einer da wo ich markiert habe da holt sich gerade der lootjob da ist da landet doch noch einer jungen jungen okay das war ganz schlecht von mir ich habe ein genug ich hörte einfach einfach boden die neue spray meter da hilfe ja ich hätte gewonnen fahren habe bisher das war schön maxi ich kenne mir ganz kurz erst mal hier die perfekt so ist das war natürlich klar dass du wieder als erster stirbst ne so maxi denkst du kriegen das hin ja safe oder ja ja ich bin direkt zu meinem looter und wir sind jetzt aber wir sollten uns erst mal verpissen mag einfach direkt zu straio auf geht zu straio straio wir sind aufm weeeeg jungen dicker straio gibt dir einen boost ja Junge ey der war gar nicht mehr so scheiße da kommt doch mal ein boost ja egal warum ist der eigentlich schon geallt dicht nebel gehüllt und enttiltet das ist gerade sehr gut ich habe nur ein weil wir machen jetzt aber den kämpfen den hasen wir gehen aber da unten rein warte spielen wir trios ja ne ist doch gerade aussehen der schuss hey digga jetzt nehmen wir nur noch zwei teams äh wir können ja nicht mal campen lass versuchen auf den tower zu kommen also auf dem glockenturm ja direkt neben uns im haus so jetzt da hier bei mir alles in oben hallo ich bin jetzt ganz ruhig steht mal ich glaube ich sehe den ich äh dahinten dahinten sind noch gegner da wird gerade also da wird auf jeden fall gebaut ja da sind auf jeden fall welche die müssen auch mit wo ziehst du hin jungs wartet wo 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 da ok ja ich sehe scheiße ihr seid immer so 10.000 schritte vorall aus ich brauche erstmal ein bisschen bis ich da bin nein ich bin runtergefallen oder einer ist einer ist glaube ich einer ist rohne ok das ist der nockt mein gott hilfe wer hat mich gefeuerballt der eine der in der luft war ist weit was für luft digga was ist ein armelstuhl der eine ist weggetrampt mit stein bauen mit stein bauen ja wie digga ja ok ich glaube ich kann jetzt erst mal da ist einer und scheiße da hat der push einer der push einen auf jeden fall rüber zum haus da beim haus ok ich habe dann ein weg bei uns erstmal tschüss alle grüße gehen raus aber da sind auf jeden fall dann auch noch welche wir sind aber in der zone das ist das gute jetzt nix digga ich bin ein wichser haben wir zone ja wir haben zone naja easy weit ja es ist schade habe ich nicht noch zwei da und einer ist da unten oder wo was also nein das ist so es leben nur noch zwei na ja was liegt da unten spider-man diesmal einmal rein oder einer lol hört er ist gestorben hat aufgegeben der ist aber gequittet ich schieße mal einfach irgendwo mal rein vielleicht habe ich ja glück und uhrzeit stinkbomben gewahrt gewahrt schottet so was habe ich noch nie wo ist er muss er muss er muss er muss er muss er nach unten sehe ich sehe ich sehe ein nächster bot bot scheiße da ist er gewalt ja es ist so easy digga erste runde die renkte er direkt würden ja so muss es hat glaube ich sie sich sagt auch über matthias nicht ja geil digga hä übelst gar erst mal direkt nun gemacht gut reicht dann auch nur geil